Guten Tag, ihr konntet wahrscheinlich schon alle lesen, was dieses Video beinhalten soll. Asylpolitik in Deutschland. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, ob ich überhaupt dieses Thema hier ansprechen werde. Auf Facebook sei es auch auf YouTube. Denn ich werde jetzt bald 17 und deswegen wusste ich nicht wirklich, ob ich überhaupt so ein Video über so ein kniffliges Thema hochstellen soll. Aber ich habe mich dafür entschieden. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Frau Schulz, die Stefanie Schulz, die die Facebook haben. Ich denke, ich kenne sie auf jeden Fall. Sie stellt auch solche Videos rein, wie ich jetzt das erste Mal. Und ich finde es einfach klasse, wie sie an ihrer Meinung festlegt, dass sie sich von keinem unterkriegen lässt. Und dass sie jeden einzelnen deutschen Bürger noch von dieser Traumwelt sozusagen wachrütteln möchte. Sie möchte zeigen, was wirklich im Moment in dieser Welt passiert. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe so Angst. Zum Beispiel, ich bin jetzt so eine Person, die sitzt freitags gern mit der Familie zusammen. Oder Freunde sind da, wir essen Pizza, schauen einen Film. Und ich bin jetzt nicht so die Person, die jetzt auf Partys geht oder sowas. Ich möchte das nicht. Und ich komme jetzt auch nicht nachts nach Hause, weil ich bin ja dann eher zu Hause so mit Freunden und sowas. Aber einmal habe ich es mir erlaubt, um 6 Uhr im Winter, das war jetzt glaube ich vor zwei Wochen, zum Supermarkt zu laufen. Und Leute, ich hatte so eine Angst. Dort werden, ich möchte das nicht mal Flüchtlinge nennen, weil ich bin mir eigentlich sicher, die, die wirklich Hilfe brauchen, die würden so etwas niemals im Leben machen. Und dieses Video ist auch nicht zu denen gerichtet. Es ist nicht ausländerfeindlich oder so etwas, um Gottes Willen, nein. Aber die, das ist zu denen gerichtet, die angeblich aus dem Krieg flüchten, aber es eigentlich gar nicht tun. Nur die bringen den hierher. Also wie gesagt, sie, ähm, da stand so eine Immigrantengruppe, die war recht groß. Und die haben mich so angeschaut, so angestarrt. Und haben irgendwas zueinander geflüstert, die ganze Zeit dabei mich angeschaut, wie ich gelaufen bin. Und wirklich, ich habe gebeten, dass ich halb und montag nach Hause komme. Sehen, ich bin ganz schnell zu diesem Supermarkt gelaufen. Und Leute, ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Das kann man nicht mehr anders beschreiben. Ich weiß wirklich nicht, was in Deutschland passiert. Ich finde es einfach traurig, weil wenn man sich so überlegt, Deutschland, es war so ein tolles Land und ihr habt es kaputt gemacht. Aber ich rede hier nicht nur über Deutschland, sondern ich möchte auch noch in Erwähnung ziehen. Es ist nicht nur Deutschland, es ist auch Frankreich, Schweden, Österreich und so weiter und so fort. Es ist nicht nur Deutschland, ihr macht noch mehr Länder kaputt. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr seid so willkommen wie Ebola. Ich verstehe nicht, warum man euch nicht abschiebt. Zum Beispiel, so leid es mir tut, aber das ist einfach die Wahrheit. Die Afrikaner zum Beispiel schreien, haben, ich weiß gar nicht wann es war, vor drei Tagen oder so, in Berlin geschrieben, wir werden euch Deutsche alle töten. Die Deutschen werden von uns alle getötet. Und sofort raus, sofort abschieben. Und ich verstehe nicht, warum die immer noch auf freiem Fuß sind, warum die immer noch in Deutschland sind. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wie blind muss man eigentlich sein, dass man es nicht merkt, dass es wirklich mal Krieg geben wird. Und in so einer Welt möchte ich nicht leben, möchte gar keiner leben. Ich bin wirklich sprachlos. Dann noch eine kleine Geschichte. Meine Freundin war bei ihrer Tante und da war dann auch noch die Freundin von ihrer Tante. Und die haben dort über das Thema geredet. Südpolitik und so weiter. Und meine Freundin hat sich ein bisschen dazu gemischt. Und dann meinte ihre Tante tatsächlich, Ja, Kind, das ist eine Sache von den Erwachsenen. Du solltest dich hier nicht einmischen, denn es geht dich nichts an. Wie dreist ist das? Leute, denkt ihr eigentlich, dass wir Kinder, Jugendliche, wenn ich jetzt mich, und sie zum Beispiel in meinem Alter, haben die auch Angst. Ich denke auf 13-Jährige, die mal ein bisschen wirklich Nachrichten durchgelesen haben. Zum Beispiel auf Facebook, die war halt über 24-Stunden-News oder Aufwachen Deutschland. Drei-Jährige von einem Asylanten vergewaltigt. 15-Jährige von einem Asylanten vergewaltigt. 12-Jährige von einem Asylanten vergewaltigt. 75-Jährige. Staat verprügelt, aber auch vergewaltigt. Und das ist wirklich grausam, was im Moment mit dieser Welt passiert. Wegen euch. Ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man so handeln kann als Gast. Was ich aber auch nicht verstehen kann, warum Deutschland jetzt nichts macht. Warum Angela immer noch darauf schaut und nichts macht. Grenzen werden nicht gesperrt, sie sind auf freiem Fuß. Warum? Warum werden diese Leute nicht abgeschoben? Erklärt es mir. Warum? Sie sind auf freiem Fuß. Und das ist jetzt nur eine kleine Nachricht für die Männer. Tut eure Kinder, tu und tut eure Frauen wirklich beschützen. Wir brauchen diesen Schutz. Wir haben wirklich Angst, rauszugehen. Beschützt sie. Seid für sie da. Und lasst sie nicht alleine jetzt zum Beispiel einkaufen gehen oder so, wenn es schon dunkel ist. Wir haben Angst. Es ist eigentlich schon Hilfeschrei. Und ihr macht nichts. Ihr Politiker, ihr sitzt in eurer Villa, schlürft euer Cocktail. Und macht nichts. Ich weiß nicht, in was für einer Welt ihr lebt. Aber Leute, wir haben Angst. Bitte hilft uns endlich. Es kann nicht mehr so weitergehen. Bitte macht etwas. Ich kann es wirklich langsam nicht mehr verstehen. Dieses Thema geht jedem etwas an. Und wirklich, ich bin paranoid geworden dadurch. Und ich verstehe einfach nicht, wie man nichts machen kann. Zum Beispiel, ich war bei meiner Freundin, die wohnt im Süden Deutschlands. Und dort gibt es auch von den Immigranten sozusagen. Eine Demonstration. Allach, einziger Gott. Allach, allach, ist deine Zukunft. Koran auf Kosmos. Allach, einziger Gott. Allach, allach, Christenverfolgung. Was soll die Scheiße eigentlich? Was soll das? Was soll das? Wenn ich Bock habe, an irgendeinen Karl-Heinz-Peter-Gott zu glauben, dann werde ich an diesen Karl-Heinz-Peter glauben. Wenn ich zu ihm beten werde, werde ich beten. Weil ich möchte nicht an euren Allach glauben. Warum müsst ihr das jeden so in den Mund stecken? Warum? Es ist doch schön, wenn ihr an Allach glaubt. Glaubt doch einfach an ihn. Und gut ist, warum müsst ihr diese Religion so krass in den Dreck ziehen. Manchmal denke ich wirklich, es wäre besser, wenn es keine Religion gäbe. Ich freue mich zwar für euch, dass ihr einen Gott habt und zu ihm beten könnt und so weiter. Aber stopft es doch nicht anderen in den Mund, dass Allach der einzige Gott ist, wenn sie daran nicht glauben möchten. Wenn sie jetzt zum Beispiel an Gott glauben. Warum macht ihr denn sowas? Ich kann es nicht verstehen. Zum Beispiel im Internet steht nichts davon. Überhaupt nichts. In den Nachrichten wurde auch nichts gesagt. Das war übrigens in Mannheim. Aber dass da ein Tag danach die Deutschen rausgingen und sich natürlich auch beschwert haben, eine Demo war. Sofort steht alles im Internet. Sofort in den Nachrichten. Es ist doch klar, dass die Deutschen nicht zusehen möchten, wie Deutschland kaputt geht. Wegen solchen Leuten. Wir alle haben wirklich Angst. Bitte, bitte, bitte macht etwas. Oder aha, nochmal. Zu dieser Armlänge, ein Meter Abstand. Wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen? Mal ganz ehrlich. Denkt ihr wirklich, wenn euch jemand irgendwie... ...attackiert sozusagen. Ihr macht so, dass das das Problem löst. Ja, danke. Ich wollte dich vergewaltigen. Du hast jetzt einen Arm ausgestreckt. Jetzt kann ich es leider nicht mehr machen. Blöd. Ich weiß nicht. Das ist so unfair und... Ihr lacht doch über uns. Mal ganz ehrlich. Ihr lacht über uns. Ihr lacht über uns Deutschen. Wie... Ihr merkt ja, wie dumm wir angeblich sind. Aber dazu lacht ja auch noch wahrscheinlich die ganze deutsche Regierung. Sie nimmt uns gar nicht mehr ernst, wenn wir sagen, wir haben Angst. Bitte hilft uns. Es ist eigentlich schon ein Notschrei. Und ihr zieht uns immer mehr und mehr und mehr runter. Ich... Ich verstehe es nicht. Ach ja, und ich war dann einmal dort im Sommer. Ähm... Und... Es war Hochsommer. Und ich habe ein T-Shirt getragen. Dann ist ein Typ zu mir gekommen. Ach, sieh dich. Er weiß, dass du unhygiene spielst, du kleine Schlampe. Was denkst du eigentlich? T-Shirt trägst du? Trägst du T-Shirt? Leute, wir sind in Deutschland. Ja, ich trage ein T-Shirt im Hochsommer. Ich werde kein Kopftuch tragen. Ich werde mich nicht mumifizieren. Wenn ich... Ja, okay. Das ist ja so... Ich habe nicht so einen Style, so einen Mädchen-Style. Ähm... Aber... Ich rede jetzt für die anderen Frauen und Mädchen unter uns. Wenn sie Lust haben, so etwas zu tragen... Das hat meine Freundin mir gekauft. Gottes Willen. Und wenn sie Lust haben, so etwas zu tragen, werden sie es tragen. Und ihr habt kein Recht, sie zu betatschen. Um Gottes Willen, niemals im Leben. Denn man kann sich hier so anziehen, wie man möchte. Und ihr habt kein Recht, mit euren dreckigen Händen uns anzufassen, wenn wir ein T-Shirt tragen. Und ihr habt auch kein Recht, uns zu beleidigen. Ich bin fassungslos. Was ihr überhaupt macht mit Deutschland? Wie respektlos ihr mit uns umgeht. Ähm... Ihr zerstört wirklich Deutschland. Und später kommt sowieso... Scheißdeutsche, Scheißkartoffeln... Wirklich... Sofort weg. Sofort raus aus Deutschland. Ich bin mir sicher, ihr würdet an den Grenzen stehen. Und heulen und bitten, dass ihr wieder nach Deutschland kommen könnt. Also bitte hört damit auf. Ähm... Mir... Es fehlt einfach die Unterstützung von der Regierung. Und... Irgendwann nehmen wirklich die deutschen Bürger das alles in die Hand. Und... Glaubt mir, das wird für euch nicht mehr lustig. Und... Und zum Beispiel... Habe ich wirklich das Gefühl, dass ihr auch alles in den Arsch geschoben bekommt. Zum Beispiel ein Bekannter von mir, der arbeitet schon seit dem 15. Lebensjahr. Ähm... Auf der Straße tut er eben den Bürgersteig und so. Ähm... Naja, neu machen, erneuern. Und der hatte eine Operation. Sie haben ihn falsch operiert. Sie haben ihm hier etwas durchgeschmitten. Aus Versehen war es natürlich. Aber trotzdem kann er sich nicht bewegen. Er kriegt keine Hilfe. Er kriegt keine Unterstützung. Und wenn es irgendein, ähm... Irgendein Immigrant sozusagen trassieren würde, würde er sofort Hilfe bekommen, obwohl er noch nie in Deutschland was gemacht hat. Und er arbeitet, seit er 15 ist. Und wisst ihr, wie alt er ist? 50. Und so viel kann ich nur noch sagen, mit Gerechtigkeit in Deutschland. Ähm... Ich frage mich wirklich, ob Deutschland noch eine Chance hat. Ob Deutschland wirklich sich wieder durch diese große Krise regenerieren kann. Ähm... Ich bitte euch wirklich, dass ihr nicht aufhört darin zu glauben, dass wir wieder Deutschland hinbekommen, wie es früher war. Bitte macht Demos. Egal, es... Nein, es sollen jetzt nicht irgendwie Demos sein, wo ihr prügelt oder so. Jemanden verprügelt. Einfach ruhige Demos. Aber geht raus auf die Straße. Jeder einzelne Mensch in Deutschland ist wichtig. Jeder einzelne deutsche Bürger ist wichtig in der Demo. Macht es. Bitte. Wenn nicht für euch, dann wenigstens für die... Für eure Frauen oder für eure Kinder. Ähm... Ich denke wirklich, wir haben noch eine Chance mit den Demos. Ich denke wirklich, dass das würde etwas bringen. Und ich rede hier auch nicht von diesen Demos, wo die sich plötzlich anfangen zu prügeln. Nein, davon rede ich überhaupt nicht. Ich rede von diesen Demos, wo jeder deutsche Bürger rausgeht, natürlich Schilder hat, ähm... Fatima Merkel, gar kein Ding, aber ruhige Demos. Und ich habe ja auch gehört, bei Pegida haben manche Polizisten die Helme ausgezogen und sind mitmarschiert. Und die verdienen Orden, wirklich. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr langsam auch das deutsche Volk sozusagen unterstützt. Vielen Dank. Und, ähm... Jeder einzelne Erfolg ist unser Glück. Ähm... Wir freuen uns wirklich, weil... Wir haben wirklich Angst. Wirklich. Ähm... Ich hoffe auch, dass die Regierung sich bald ändert, weil das, was Angela Merkel treibt, die nette Fatima, wie man sie so nennt, ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, wo sie ihren Kopf gelassen hat. Ich weiß nicht, was sie dadurch erreichen möchte. Aber, Angela, es ist meine Dank... Es ist wirklich eine Dankaussage, dass du so Deutschland kaputt gemacht hast. Dass du so mit der deutschen Psyche spielst, dass es eigentlich schon abnormal ist. Vielen Dank, dass du Deutschland so zerstört hast. Du hast gar keinen Respekt mehr. Wirklich. Also du hast von niemandem... Es geht jetzt darum, dass du wirklich von niemandem mehr Respekt hast, habe ich das Gefühl. Und es tut mir wirklich leid, aber... Haben sie das überhaupt verdient? Nach dem, was sie uns angetan haben? Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie überhaupt wissen, was sie machen, weil sie ja immer noch nicht die Grenzen sperren wollen und immer noch mehr aufnehmen möchten. Ich kann es nicht verstehen, wie sie immer noch drüber wegschauen können. Machen sie endlich etwas. Machen sie die Augen auf. Machen sie etwas für Deutschland. Sie zerstören Deutschland. Ist es normal, dass ich noch mit 16, weil ich werde ja zwar bald 17, aber ich bin noch 16, dass ich Angst habe, um 6 Uhr im Winter rauszugehen und die ganze Zeit nach hinten gucke? Nein, es ist nicht normal. Sie haben Deutschland zerstört. Ich verstehe auch nicht, was die Politiker überhaupt damit erreichen möchten. Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, die wollen tatsächlich Deutschland zerstören. Ja. Und ich finde es auch schade, dass für die Obdachlose nichts gemacht wird. Ähm... Für jetzt die Asylanten, ne? Da wird alles gesammelt, schöne Kleidung. Aber für die deutschen Obdachlosen, nichts. Wozu denn eigentlich auch, ne? So ist es. Das ist die Wahrheit. Das ist wirklich eine ganz traurige Wahrheit. Und, ähm... Und, ähm... Ja. Ich frage mich. Ich denke schon, dass ich mit diesem Video etwas erreichen konnte. Ähm... Dass ich Zustimmung... Ähm... Kriegen werde von manchen Personen. Aber ob ich wirklich etwas erreichen konnte mit diesem Video, wird sich nach einer Zeit... Und das werden wir auch sehen. Und... Ja, also ich möchte mich jetzt bedanken für die, die das Video angeschaut haben. Und meine große Bitte ist... Dass... Ich konnte irgendetwas mit diesem Video erreichen. Und... Dass sich bald etwas ändert. Weil... In so einer Welt möchte niemand mehr leben. Und... Bitte... Macht etwas. Beschützt eure Frauen. Beschützt eure Mäd... Ähm... Eure Kinder. Beschützt uns.